Ja, drittes Vorrundenspiel. Das erste haben wir ja unglücklich wegen dem unberechtigten Elfer verloren. Das zweite haben wir jetzt 3-2 gegen Kugel gewonnen und jetzt das dritte gegen Fürstenfeldbrock. Das müssen wir auch gewinnen, dass wir wenigstens um die Plätze neun bis dreizehn spielen. Das heißt neun bis zwölf. Kommen, Arius! Was ist denn der Meinung? Jonas! Ich will weg! Das Endergebnis in der Tabelle. Erster FC Rettel Salzburg 2 mit 7 Punkten aus 3-Spiel und einem Torverhältnis von 8 zu 2. Zweiter Frank-Halda Admirer mit ebenfalls 7 Punkten auf dem etwas schlechteren Torverhältnis von 4 zu 2. Dritter wurde etwa Anitra mit 3-Spiel und einem Torverhältnis von 2 zu 3. Im Kürzer THF-Plantraß mit leider nur 5 und einem Torverhältnis von 3 zu 3. Andere Seite, Wallen! Andere Seite! Wallen! Ich gehe jetzt mal 5 mit einem Vorlessegel! So was! Renke, du bist jetzt nicht in der Abwehr! Und hier außen, dass da angespielt werden kann! Komm Phil! Phil, gehts noch oder magst du jetzt spazieren gehen? Hier auf der Rechte, in der Mitte, auf rechts! Hier auf rechts und in der Mitte! Zwei hälfte, auf rechts und in der Mitte! Hier wird jetzt in die Mitte, links! Wir können da auf den Pinsel fallen. Wir können in die Mitte, um Automen, in die Mitte, um zwei, drei! Orangen des Tafeln der Platz. Und wo wir jetzt nennen? Wir können in die Mitte! Wir sind also in die Mitte, um 2 zu 1. Vícios, schon mal auf die Mitte! Was passiert das gar nicht? Hör! Auf geht's, Ruhe! Auf geht's! Der ist uninteressant! Der ist sehr schönes Spiel! Wir haben Position, links rüber! Geh drauf, geh drauf, geh drauf, geh drauf! Spiel! Wieder her! Sehr streng wird's auch und jetzt brennt die Werdel auf in der Sonne. Und noch mal eins rüber! Ja, ist zu langsam! Jetzt aber wieder da, wo die Hälfte rum reicht, da! Komm, bleib, da, bleib mit dir! So, jetzt schieben, komm! Wir gehen jetzt bei der Position, bitte, Serino! Weiter, weiter, weiter! Gut! Weiter, 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 weiter! Let's go! Patrick, schneller! Go, do, sco! Go, do, sco! Komm, wait! Do, sco! So, wait! So, 1-1, jetzt schauen wir mal, was geht es wieder wert. Nichts! 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 Und jetzt in den Füllen, bitte! Komm, Kevin, mach mit, bitte! Wechsel, Philipp! Jonas, rechts, Rüllen, rechts, Rüllen! Zehn Minuten noch! Jonas, zieh her! Irina, bewegt dich mal, bitte! Nicht nur warten, bis der Ball in den Fuß kommt! Sehr starker Ball! Gut! Gut, Marius! Ja! 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 Geh zur! Geh zur! Wir spielen minimal bei den rechten Fuß bitte her. Geht heute mal auf den Torwart drauf! Sehr schön, gute Aktion! Rausseleck, gut gesteht! Zieh heute in die Mitte rein! Jonas, du bist schon vorbei! Selber, selber, selber! Super! Super! Hey, super! Klasse! So, jetzt gleich nachlegen, dass er in Ruhe ist! Tja, wenn uns das nachher nicht bloß abgeht! Bewegt, Bewegt! Bewegt, Bewegt! Bewegt! Bewegt, Bewegt! Bewegt, Bewegt, Bewegt! Bewegt, Bewegt! Schieben! Heben, macht sich frei! Aus, 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 aus! Schieben! Schieben! Hab Winter! Fehl! Mei,orp! Das gehts! Sehr schön, Super! Überragend gelöst! Wir sind links! Wir sind links! Links! Wunder! 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 Passt du! Wunder! 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 Vielen Dank. Fünf Minuten noch! 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 Fünf!